Ja, und hiermit wieder ein herzliches Willkommen zu einem zu laut eingestellten Darkus. Äh, Darku, Dark, Dark, Ducky, Ducky Ducks, Ducky Ducks, mit unserer guten Omi. Oh nein. Ja. Kann ich das Spiel abbrechen? Nee, ich muss erst mal das Hauptspiel durchmachen, bevor ich die Kapitel mache. Ey, wo ist mein Fahrstuhl hin? Ist der gerade voll noch unten abgesedelt? Ach du Schande. Okay, es ruckelt ein bisschen, merke ich gerade. Das ist nicht so schön. Ja, Omi, 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 Omi. Omi, Omi, Omi. Die hat uns doch nicht gehabt, oder? Alter, wo kommt ihr auf einmal her? Alter, mein Hals. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Wie sollen wir denn da jetzt durchkommen? Da kommt doch sofort die Omi. Durch, 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 durch. Renn, 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 renn. Oh. Ich gehe nur noch weiter. Nein, da ist unser Heinz schon wieder. Was macht der denn schon wieder hier? Alter. Was? Nein, renn. Alter. Ey, ihr seid krank. Was? Der geht gar nicht da runter. Doch, nur noch mal rennen. Nicht übers Quietschen. Nein. Was sollen wir denn jetzt bitte machen? Okay, da drüben ist Heinz. Er wird uns bestimmt nicht weiterhelfen. Und wenn wir das auftreten, sind wir tot. Bitte. Was sollen wir machen? Oder habe ich einfach zu spät reagiert? Ich weiß es nicht. Wir hätten ja auch ein Stück zurück rennen können. Apropos, wir hätten zurück rennen können. Oh. Alter, was ist das denn hier? Nicht schießen. Nicht schießen. Nicht schießen. Nein. Oh. Stehen geblieben. Nein. Nicht schon wieder in die Stelle. Alter, wo kommen die blöden Tutte? Äh, äh, die, da. Die, 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 die. Äh, hör mal auf. Das ist ja, das ist ja, ey, das ist nicht normal. Okay. Treten. Zurück, 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 zurück. Hoch da. Hoch da. Hoch da. Rennen. Rennen. Alter, jetzt rennen. Würmchen. Rennen. 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 So schnell, wie du nur kannst. Alter. Alter, die schießen hier alles kaputt. Rennen. Weiter. Los jetzt. Rennen. Oh. Hat der irgendwo was mit Abspeichern angezeigt? Alter. Das erste Mal, dass die nicht treffen. Na gut, ich hatte die eigentlich nur zu Beginn mal gehabt. Gleich ist Omi wieder da. Na super. Was nützt? Alter. Alter. Nein. Omi ist wieder da. Ach, du Scheinkleister. Nein. Nein. Omi. Omi, lass mich in Ruhe. Los. Jetzt fall um, du blöde Wand. Hoch mit dir. Nein. Nein. Oh. Oh. Alter. Alter. Ich mach nicht mehr. Das kannst du nur rennen. Ja, das war klar. Ach, du Scheiße. Nicht schon wieder hier. Oh, Alter. Omi. Omi. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Los. Hoch mit dir. Runter mit dir. Ich weiß gar nicht, wo wir dann hin sollen. Los. Weiter, weiter, weiter. Lass die Omi in Frieden. Da geht's runter. Es geht runter. Es geht einfach runter. Wir müssen zurück. Es geht nicht anders. Ich hab keine Ahnung, wo wir sonst hin sollen. Alter, ist das eine blöde Omi. Los. Hoch mit dir. Rüber mit dir. Unter mit dir. Los. Weiter, 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 weiter. Mensch. Ja, da geht's ab. Das war zu weit. Oh, Scheiße. Alter. Was willst du denn da bitte machen? Den bleiben? So. Los, 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 los. Alter. Und dann zurückrennen, oder was? Da kommt doch Omi. Ach, du Schande. Die, die, ja. Da kommt ja noch mehr an. Alter. Nein. Was ist denn jetzt los? Verkockst du, Mist. Jetzt geht der, ah, jetzt geht der so eine alte Decke weiter. Hallo. Weiter, weiter. Nicht stehen bleiben. Nicht stehen bleiben. Alles kaputt. Alles kaputt. Alles wird gut. Alles wird gut. Los. Renn. 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 Alter, warum geht denn das so weit raus? Alter. Omi ist stehen geblieben. Wir müssen rennen. Wir müssen weiter rennen. Immer weiter. Ich hab keine Ahnung, wo wir hin. Es wird langsamer. Da ist unser Heinz. Er sieht uns rennen. Und uns ins Verderben stürzen, wie es aussieht. Alter, nicht so langsam, bitte. Bitte renn schneller. Renn. Was ist das denn jetzt? Das ist das Tor. Nicht ins Licht. Wenn wir uns nicht gehen, passiert bestimmt irgendwas. Ich kann nicht rennen. Ich kann nur langsam zurücklaufen. Da kommt doch bestimmt gleich was. Nein? Erwachen. Erwachen. War das Spiel jetzt durchgespielt? Oh. Wir haben es echt durchgespielt. Alter. Alter, war das jetzt ein Graus. Alter, nee. Okay, wir merken uns, Omi is watching you and follow you away. Aber was ist jetzt eigentlich da geschehen? In dem, bevor wir das letzte, das vorletzte Kapitel gestartet haben. Also ich vermute immer noch, dass das ist, äh, äh, ja. Das ist, ähm, ein Dauertraumzustand war von ihm. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt, dass der mittendrin immer aufgewacht ist. Das war, das war definitiv alles ein Dauertraumzustand. So, meine Bedeutung, meine Deutung diesbezüglich, würde ich jetzt mal sagen. Aber okay. Er kann es ja auch nicht genau sagen. So, dementsprechend haben wir das Hauptspiel jetzt abgeschlossen. Alter, Späte. Nee, hör mal auf, Omi. Omi folgt dir auf Schritt und Tritt. Alter, wie schnell die einfach mit dem Ding ist. Ach. Oh, Mann. Jetzt habe ich gar nicht geguckt gehabt. Das war jetzt bestimmt der spezielle Dank an alle Tester des Spiels. Hammer. Das ist Hammer. Hammer. Okay. Es passiert nichts weiter. Das war's. Er ist, äh, aufgewacht. Angeblich. Man weiß es nicht. Jo, das war das Hauptspiel von Dork. Äh, ja. Und, ja, sonst könnten wir eigentlich, klammern, das erste K... Äh, Spiel 7 reinhauen, ne? Äh, ja, 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 ja.